So, willkommen bei diesem speziellen Video. Und zwar, eigentlich war für heute kein Video geplant, aber ich habe jetzt doch einen Grund gefunden, warum. Und zwar vorher, als ich bei der Oma gesessen bin, habe ich noch zur Mama gesagt, oder zur Oma, jetzt fehlt noch einer, dann haben wir 100 Abonnenten. Jetzt bin ich heimgekommen. Und was sehe ich? 100 Abonnenten. Deswegen mache ich jetzt dieses spezielle Video. Und zwar, danke an euch alle. Danke an alle Abonnenten, die abonniert haben. Ich hoffe, euch gefällt der Kanal so wie er ist, sonst hättet ihr ja nicht abonniert und auch angeschaut, meine Videos angeschaut. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Also, ich kann es mir nicht erklären. Mein Kanal ist ja nichts Besonderes und gibt es auch noch nicht so lange. Meine Freunde haben schon gefragt, wie hast du das hingekriegt? Ähm, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was an meinem Kanal so besonders ist? Also, ich bin einfach, also, ich finde es einfach heftig, dass es so viele sind, die das interessiert, was ich mache. Danke. Ich weiß euch nicht, was ich da noch sagen soll. Oder cable... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich freue mich, wenn ihr weiterhin zuseht, wenn ihr mir Tipps gebt, was ich noch verbessern kann, für meine Videos. Ich gebe mir Mühe, wenn euch irgendwas nicht gefällt, einfach mal schreibt, ich schaue, ob ich es verbessere oder nicht. Ich mache diesen Kanal zum Spaß und ich bedanke mich jetzt einfach. Also, es ist heute heiß, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Traum ist, wenn es 100 Abonnenten in der Zeit ist. Danke, 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 danke. 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 Danke.